recht herzlich willkommen zu einer neuen folge aborion ja wir sind hier haben die zellen im frachtraum und müssten jetzt einmal zurück oder sind wir schon zurück wir sind gesprungen noch schon da müssen wir jetzt noch die dinge suchen die station suchen die unser dingens haben wollte kommen wir irgendwo sehen nein oder schiff von der zweite schiff und die allianz und zwar ich weiß jetzt gar nicht mehr wer da was wollte das brett keine aufträge weder mal nähe total baumodus nähe e-mails nähe versicherung in drohne steigen schadensersatz ok das war es jetzt nicht wir müssen irgendwo die missionen noch haben schiff's menü war dort hier irgendwo waren die missionen und da sind erstmal energiezahlen 150 höre ich die energie mal staffel wir sind jetzt hier wenn man jetzt noch wüsste wo das war schwarzes brett aber die wollen den sauerstoff haben den hat man auch schon irgendwo gehabt anzahl 8300 dollar ok da muss aber erst das andere abschließen die wollen wasser haben das war es auch nicht wenn ich denn jetzt irgendwie falsch hier voll nochmal was ist jetzt der fehler kupfermine das war doch eine holzfarm oder kütern schwarzes brett die wollen sauerstoff komm weg davon tutorial spieler menü schiffsmenü haben wir geguckt nein wo sind denn das tutorial äh die spieler menü hier wahrscheinlich dann wo müssen wir hin besorge 17 minuten auf jemand auf mystic elysium 3 sind wir in dem sektor wood farm 5 bietet um ok dann war es doch die wood farm wo ist die wood farm da ist sie dann wird das wohl die sein so näher ran der ist der nächste fliegen wir den an so 6 5 4 3 2 was war der blödsinn der docking point ist da oben toll ne toll jetzt klappt's schiff voll verbutt geflogen die funksauerstoff nö güter handeln energiezellen 150 verkaufen unser schiff ist beschädigt ja das wissen wir wohl jetzt haben wir keine energiezellen das schiff kauft die station kauft zu brauchen signal entfangen ok die mission ist jetzt nicht erledigt wahrscheinlich hat das jetzt nicht geklappt doch es werk ausstehende einladung der notruf ist erledigt hätten wir da jetzt naja ok ich denke mal wir fliegen mal gerade ein stück weg unser schiff nicht nochmal kaputt hauen schiff reparieren ist da fertig ärgerlich die holzfarm ist nur ausgewählt wir gucken mal bei der holzfarm nochmal ins schwarze brett sauerstoff 10.500 akzeptieren die wir innerhalb von 20 minuten muss eine anzahlung von 8.000 machen ok das ist nicht das problem wir haben 20 minuten zeit kriegen eine belohnung von 10.500 wir müssen sauerstoff liefern so jetzt nochmal die mission haben wir jetzt fracht oder nicht haben wir das gekriegt oder nicht aufstehende einladung brauchen wir nicht hier ist der frachtraum nein wir haben das nicht bekommen das heißt das ist immer noch sag schon da nicht genug frachtraum in deinem schiff gut wie viel frachtraum haben wir denn bitteschön da kommen wir bei b kommen wir bauen da sehen wir das doch frachtraum 116,4 wir haben noch eben viel mehr gehabt komisch dann lass uns noch frachtraum hinzunehmen die dann frachtraum da ist er doch so wo bauen wir den hin da hinten da unten keine ahnung was sieht doch das schick aus hier ne ich glaube wir müssen erstmal hier sowas machen wieder so und so gefällt mir frachtraum ist da größe ist schon passend ist das breit so passend nö so ist passender und da gegenüber machen wir das auch nochmal so wie frachtraum haben wir jetzt 144 139 war gefragt müsste also passen das würde bedeuten wir gehen jetzt hier raus und gehen nochmal auf F und können jetzt das schwarze Brett nehmen das ist immer noch 20 minuten die Veränderung von 20 minuten ist ja schon da an die Station angedockt sein alles klar ja ist nicht viel dockvorgang aber ist das halt F so jetzt haben wir den Auftrag neuer Lieferung ein bisschen rückwärts gerade und dann müssen wir mal gucken wo wir hin müssen eine nahegelegene Station ist es da spieler menü 256 379 256 379 oh da unten hin naja ok da müssen wir mal schnell losfliegen wir brauchen ein Tor was nach Südwest geht da oben ist ein Tor Nord-Nord-West das ist also falsch wo ist das andere Tor da unten Süd-Süd-Ost das ist es da müssen wir durch auf geht's auf geht's so nächstes Tor ist Südost Tor ist passend da auch durch da auch durch ist natürlich Hammerbewegung jetzt hier durch die Gegend zu fliegen ne ok so jetzt brauchen wir ein Südwest Tor da oben Nord-Ost durch 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 sind wir gerade gekommen da unten ist noch ne das ist das Tor wo wir dran sind oder was ist das für eins Südwest Tor das war's ne ja auf geht's kein Booster mehr doch da ist er gut da auch noch durch war das so ja das war so gut komm da durchgeflogen so jetzt müssen wir ein Süd-Süd-Ost Tor haben West-Süd-West Süd-Süd-Ost Tor das ist es gut passt okay Karte so jetzt müssen wir gucken ich weiß nicht wo hier ein Tor hingeht ne Südwest Tor geht das noch näher gute Frage ne wer nicht wagt der nicht gewinnt oder wie war das also springen können wir ja nicht dahin ne ist direkt daneben ich fliegs koste was wolle jetzt Karte müssen wir vergrößern halt damit wir mehr sehen das ist halt so cute so jetzt haben wir wahrscheinlich so einen riesen Satz gemacht ne ne das war gut sogar dann würde ich sagen da Koordinaten eingeben ausrichten und der Computer berechnet noch und dann sind wir da so Sprungroute berechnet wer kriegt jetzt das Zeug gute Frage ne Bildschirmfabrik ist das okay da ist es schon dann mal los dann mal los Wuster geht nicht mehr muss jetzt aufgeladen werden was haben wir denn hier oben Schiffe braucht mehr Energie als es produziert Jo müsste man noch einen Generator haben ne müssen wir gleich mal gucken dass wir das kriegen so so jetzt lädt es wieder nach lädt ganz langsam auf ne da unten kann man es sehen so für 10.000 Credits ist das jetzt nicht sehr viel gewesen ne war jetzt nicht so die dolle Idee den Auftrag anzunehmen da müssen wir demnächst gucken dass wir da lukrativere Aufträge machen ne ja können wir auch schneller fliegen wo ist was zum docken nirgendswo da ist ein docking port legen wir den mal an so Sauerstoff ist abgeliefert wunderbar haben die denn was neues für uns wahrscheinlich nicht ne so wenn ich wüsste wo es diese Mikrochips gibt dann würde ich das ja machen aber hm das ist jetzt so ein bisschen das Problem ne Transformator Fabrik Transformator Fabrik Transformator Fabrik ja die sind alle da was machen die Transformator Fabrik Mikrochips keine Ahnung wie die Fabrik heißen würde keine Aufträge Metallplatte Metallplatte kann man da kaufen ja weiß ich nicht wo es die gibt ne das ist das Problem Gucken wir mal nach Aufträgen erstmal Plastik so das war nichts verfügbar die waren die Mikrochips die Belohnung ist natürlich top ne 200.000 dafür müssen wir aber wissen wo es die Mikrochips gibt dafür müssen wir aber wissen wo es die Mikrochips gibt Reparatur, Auslösung, Dock, Radzellenfabrik, Ressourcen, Depot, Schiffswerft, Tumifabrik, Chemiefabrik, Forschungsstation, Militärstation, ja so gut wie nix ne Schiffswerft Biotop haben wir da keine Ahnung was es da gibt Handelsposten, Handelsposten Transformatoren, Schiffswerft, Reparatur, Dock Handelsposten Weizen Edelmetalle Ressourcendepot Handelsposten Waffenfabrik Schiff von Ok Kupfermineholzfabrik Schiffswerft Schiffswerft Kupfermineholzfabrik Auch cool ne Auch cool ne Da Roboto Dock Leiterfabrik Vielleicht wer ist da Ja Ja Servofabrik Servofabrik Ok Ok Jetzt müsste man Überlegen ob man hier was einlädt ne Gut aber ich würde sagen da machen wir uns beim nächsten mal Gedanken drum Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss Tschüss Kupfermineholz